Jetzt sind wir zurück in Erebon. Okay, ich bin schon mal wieder geheilt. Zumindest mit Absicht. Aber ich guck mal gerade, ob ich ein wichtiges Zeug mal kurz kaufen kann. Ich habe hier alles, was Sie suchen. Ja, ich brauche in erster Linie mal Ausrüstung. Warum brauche ich nicht Kartenutensilien? Das ist doch bestimmt irgendwas. Wenn wir Verbrauchsküter, klar doch hier. So, voll. So. 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 So, ich habe zumindest wieder ein bisschen Zeugs mitgebracht. Warte mal, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas ausgeben kann. Glaub ich nicht, überhaupt noch Fertigkeitspunkte 4 habe ich noch. So. So. So, Tarnung mal, alles ausgerüstet. Gut, ich bin soweit wieder und, äh, full live und alles. So. Wir müssen jetzt mit, das ist, das gibt es im Festgebiet, ne? Bist du noch im Erebon oder was? Ja, du bist doch hier, ne? Mhm. Gut, dann mach mal weiter. Ja, neigt. Den Typen noch finden. So, ich frage dir mal auffällig. Das kann ich ihm hier am besten. Vor allem auffällig. Für die Sicherheit sorgen wir irgendwann mal später. Wir machen jetzt erstmal hier Thema J-Scale. Den müssen wir noch aus dem Weg räumen. Wahrscheinlich dann am Schluss, am Abschluss dieser Mission. Äh, ich bin da. Kannst einsteigen, oder? Habflug. Äh, ich bin da. Ich bin da. So, dann komme ich mal zu dir. So, das Testgebiet haben wir. Ja, na gut, wir haben natürlich wieder, wahrscheinlich wieder Gegner ohne Ende. Ich schicke mal die Drohne kurz rüber. Scharfschütze oben auf den Turm. Ich muss hier mal den Generator irgendwie ausschalten bei dir da. Ich habe ungefähr eine Idee. Okay. kriegte ich war so wenig los ist es bestimmt nicht alle über sich über das wird so einfach oben auf dem torf ist auch ein schauschütze falls sie da irgendwie den sicherer von hier unten nicht muss ich hochgehen ok ja gut ich habe sie schon gesehen wir haben sie gesehen dich ja aber erst nachdem sie deine schüsse gehört haben weil du schon wieder ohne schalldämpfer durch die gegen baller ich habe die waffe gerade erst gefunden ich habe fünf gegner einschossen ohne dass ich bemerkt wurde und dann hast du irgendwie geschossen haben sie wieder alarm geschlagen ja ich habe leider gar nichts und war ein ja ich müsste dringend ich habe die waffen gerade erst gefunden das ist das problem an der sache ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Was sind die denn? So Das soll noch mindestens einer Jawoll Ab ihn Ab ihn Oh Schuss Die hab ich noch nicht die Drohung Äh, übrigens So, ich hab so drei Sterne Ding, Handel weg Ah, dieses Scheiß Ding, ey Ja, lad und runter, du hast Zeit Ach, Alter So, also der Karre ist weg Zweites Aha Ah Das sind Drecksgranaten Die Karre hat sich da hinten abgehauen Komm her jetzt hier So Auto weg Beide Autos weg So So Ich hab den Generator ausgemacht Die Elektrogeräte sollten eigentlich nichts mehr tun So Ich hab den Generator ausgemacht Die Elektrogeräte sollten eigentlich nichts mehr tun So 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 Was ist das? Ach, ich bin hier im Zinkel. Da oben hin, okay. So, der ist auch weg. Du machst da hoch, ich geh zum Gegner. Ich hab den Gegner noch. Ich hab's aber auch nicht. Jetzt ist er weg. So, jetzt komm ich zu dir. Jetzt hör dir unten nämlich alle Gegner aus. Ausgeschaltet. Hose. Oh, du hast jetzt irgendwie wieder eine Kiste, ne? Ja, da oben. So. Ich komm jetzt zu dir oder hoch noch schnell. Ich weiß nicht, was ich da noch mal was sich hat. Helikopter. Brauchen wir den. Da bist du. Das ist jetzt noch was da oben in die Kiste. Guck mal hier. Mein Gott. So, hier ist die Kiste. Mein Gott. Meine Handschuhe. Neh mal mit. Gut. Ah, da komm ich wieder runter. Ach, da bist du. Bis zum Glück. Bis zum Glück. Äh, äh. Ich weiß nicht. Abflug. So.